Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 4. April 2020, 9.33 Uhr. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten, deshalb nur etwas zur Jahreszeit. Habt ihr heute morgen auch Kirschblütende Luft gesehen? Einfach zauberhaft. Schade, dass es sie nur so kurz gibt, aber vielleicht ist das Teil des Zaubers. Ach, noch etwas. Ich habe allen Nutzern der App für Bastelanleitungen eine Anleitung, ein Picknickset geschickt. Packt euch etwas Essen ein und genießt es unter den wunderschönen blühenden Bäumen. Ehre. Ob wir das direkt brauchen? Ich weiß nicht. Aber anschauen kann man sich das ja auf jeden Fall mal. Und ich hoffe, es ist irgendwie ein neuer Bewohner auf den Campingplatz gekommen. Post von Paddy. Danke fürs Geschenk. Ja, gerne. Ich muss ein paar Pakete verschicken. Ist halt so für die Meilen. Auch ohne Nachricht. Sehr schön. Ich glaube, ich habe auch keine Nachricht geschrieben. Einfach nur irgendwas reingekloppt in den Brief. So, was gibt es hier? Ah, die Kirschblütenlaterne. Nice. Dschungeltapete? Die habe ich doch schon. Nee, habe ich nicht. Ich hatte sie mal gehabt, aber ich habe sie nicht. Lul. Okay. Nice. Ehre. Und eine Kirschblütenlaterne. Auf. Ehre. Das möchte ich selber bauen können. Das kann bestimmt richtig geil irgendwie, wenn man sich so einen asiatischen Bereich baut oder so. Richtig fett überall platzieren. Die sehen ja richtig cool aus. Okay, das ist nice. Oh, meine ganzen Früchte sind wieder da. Meine ganzen Früchte sind wieder da, Leute. Herrlich. Ich hasse das. Ich habe so Schwierigkeiten mit der scheiß Schaufel. Ich glaube, man hört meinen Halsschmerzen immer noch. Hält schon echt lange. Ich hoffe, das legt sich bald. So, wieder einmal das gleiche Prozedere. Einmal den Strand ablaufen, nach Flaschenpost gucken. Einmal nach Löchern überall gucken. Gleich mit Tom Nook sprechen. Einmal den Automaten. Das gleiche Ritual wie jeden Morgen. Ach, ich hatte direkt eine Daily. Einmal fünf Dailies, das mir aufgefallen sind, tatsächlich echt selten. Also sehr schade, aber... Na gut, nützt ja nichts, ne? Oh, hier ist noch ein Geschenk. Hier ist noch eins. Mal gucken, was es hier gibt. Kirschholzverkleidung. Okay, krass. Nice. Und das ist ein Häschentag-Zaun. Ja, moin. Okay, perfekt. Jetzt können wir einen Häschentag-Zaun bauen. Wie gesagt, wichtig, dass wir alles einmal hergestellt haben. Für den letzten Tag irgendwie. Denn kriegen wir besondere Geschenke von ihm. Von Urs. Und das ist das, was ich unbedingt haben möchte. Deswegen gucke ich, dass ich jedes Rezept kriege. Und versuche auch alles wirklich zu bauen. Okay, Flaschenpost, äh... Sieht nicht nach einer Flaschenpost aus. Naja, vielleicht finden wir gleich noch eine irgendwie. Da! Ha! Perfekt. Aber jetzt, wo Ostern ist, können ja mehrere liegen. Also noch so eine Osterflaschenpost, so eine bunte. Okay, ein großer Fisch. Sag ich in der Regel eigentlich auch nicht Nein zu, aber... Da ist noch eine Stelle. Zwei Stück sogar. Weiter unten habe ich noch eine gesehen. Ich habe die nicht übersehen, Leute. Ganz entspannt. Und wieder nur ein Fossil. Okay, krass. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mehr so eine Erdeier kriege, aber... Geh doch. So, hier ist auch nichts. Wird nochmal Zeit, dass wir die Insel irgendwann umgestalten. Weil so langsam... Aber ich habe das Terraforming noch nicht und das... Das nervt. Ich bin echt gespannt, wann... Das mit dem Terraforming kommt und wann man die Story in Anführungsstrichen schon mal durchgespielt hat. Habe mein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelnleitung gefunden. Meine tolle Idee steckt in der Flasche hier. Wirst schon sehen, das kriegt jeder gebaut. Rudolf. Gefängnisgitter. Lull. Okay. Dann bin ich wirklich mal gespannt. Ach, das ist so ein Kirschblüten-Set-Teil. Ah, okay. Okay. Ja. Kann man mal machen. Muss man nun nicht, aber... Kann man. Immer, immer das gleiche. Ähm. 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 Na gut, komm. 10.000. Scheiß drauf. Ich wollte jetzt 30.000 machen, aber... Ach. Dann müsste ich irgendwie siebenmal einen Tausender rausholen, um dann 30.000 wegpacken zu können. Und dann, äh... Hätte ich auch noch vergraben müssen und die ganzen einzelnen Tausender wieder... Ne. Das wäre mir zu viel Arbeit. Oha. Guck mal hier. Aus dem roten und gelben wurde orange. Sehr, sehr nice. Direkt mal weiter gießen. Dass wir schön viele, viele verschiedene Blumensorten haben. Ich habe auch mal gedacht, wenn ich mehr Kirschblüten fange, kriege ich die Rezepte nach und nach. Aber irgendwie, ich habe so viele gefangen. Ich habe irgendwie 30 Stück. Hey, okay. Ist nicht so viel, aber... Irgendwie kam da einfach nichts mehr. Nein. Ach Gott. Aber wenigstens ist ein Geschenk da hinten. Ah. Fuck. Geh weg. Äh... Bis später. Alter, ist das Geschenk schnell. Leute. Nein, lass mich kurz in Ruhe, bitte. Jetzt. Wenn du kurz Zeit hast, könnte ich dir eine Emotion beibringen. Einmal wurde mir eine furchtbare Geschichte zugetragen, die mich sehr traurig gemacht hat. Nun, da ich wieder an sie denken muss, werde ich schon wieder traurig. Hast du auch alles mitbekommen? Dies war ein gutes Beispiel der Emotion Traurigkeit. Sie erweist sich als sehr nützlich, wenn man einmal gekümmert ist. Ja, gut. Ich nutze sie halt nur nicht so oft, aber... Was man hat, hat man. Ha. Wie sie gleich mit traurig guckt. Süß. Das kann ja wohl nicht wahr steinern, ey. Darauf. Ein Tee. Kamille momentan beste. Normalerweise fahre ich total auf grünen Tee ab, aber momentan ist bei mir Kamille das Nonplusultra. Hier ist ein Geschenk. Da. Jetzt genau über mir und Abschluss. Ah. Ja, Leute, man hört die Dinge halt auch wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ihr sagt, ihr befindet keine Geschenke, hinhören. Sobald ihr so einen windigeren, windigeren Wind, ja. Sobald ihr den Wind hört, den Windpfeifen hört, wisst ihr, okay. Irgendwo fliegt da was. Dann braucht ihr im Prinzip nur noch gucken, wo es am lautesten ist. Und dann hört man sogar, wenn ihr Kopf drauf habt, aus welcher Richtung das ungefähr ist. Ob das vor euch, links, hinter euch irgendwie ist. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Und, oh, mein Geldbaum ist fertig. 10.000. Hätte ich den mal früher eingesammelt. Verdammt. So, die Routine haben wir hier schon mal durch. Jetzt geht's ab. Zu, äh, äh, zu Tina. Guten Morgen, schön, dass du mal bei mir vorbeischaust. Womit kann ich dir heute dienen? Erst mal das Angebot zu haben. Ich hätte gern den Laden, aber... Aufwärmjacke, Übergangsmantel, ne Tarnhose, den Rock. Die Laborbrille finde ich super, muss ich sagen. Tracking-Schuhe, Alter. Anglerhose, ne. Ach. Ich hoffe, ich habe halt ihren großen Laden. Das wäre richtig nice. Jetzt geht mich bestimmt kurz ärgern. Jetzt habe ich bestimmt so einen richtig guten Preis für die Rüben. Aber... Es ist ja Spekulation und so ist das dann mal. Oh, der Spiegel. Willkommen. Äh, was können wir für dich tun? Rübenpreis? 144. Ja, okay. Ist ein bisschen besser als verkauft. Oh, ist okay. Ein Baumstammbang. Mhm, 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 mhm. Dann möchte ich bitte was verkaufen. Oder auch nicht. Ich habe nichts zu verkaufen. Sorry. Aber ich hätte gern diesen Spiegel hier. Jo, nehme ich. Das Waschbecken habe ich schon. Das... Äh. Nee. Einen Karton brauche ich dann wirklich nicht. Aber das, äh, Dingensspiel nehme ich. Das Mobile. Gönnung. Na, was? Ich habe, habe ich. Äh. Gibt es jetzt schon die besseren... Nein, immer noch nicht. Ob es die hier überhaupt gibt, wenn man viel kauft? Sollte es ja eigentlich, aber... Keine Ahnung. Irgendwie zweifle ich momentan ein bisschen dran. Jaja, komm. Vielen Dank. Bitteschön. So, let's go. Ab zu... Ab zu... Ab zu Tom Nook. Gucken, ob wir ihm was Gutes tun können. Zwei neue, ähm, Dingens haben wir schon. Oh Gott. Lass nicht den Scheißkarton da bloß drin, ne? Ich habe schon echt ordentlich viele Meilen, Leute. Und ich weiß gar nicht mehr, für was ich die noch ausgeben soll. Gucken wir mal, ob es hier was Neues gibt. Wahrscheinlich nicht. Nee. Dann würde ich tatsächlich lieber erstmal die Lernsachen da kaufen. Diese... Die Dinger hier. Die kosten aber auch alle echt... Ordentlich was, ne? Aber komm. Ja. Wir möchten Zäune lernen. Wenn ich Zäune bauen kann, kann ich Zäune bauen. Das ist halt... Gar nicht so irrelevant. Ja, ich möchte den anderen Zaun bitte auch noch kaufen. Und wenn ich das Ding doppelt habe, dann verschenke ich die Dinger nachher. Ich habe nämlich noch drei Anleitungen, die ich schon doppelt habe. Dann hoffe ich, kann ich die per Post verschicken. Ja. Ja. 500... Wie viel kriege ich? 3000 Sternis. Das ist halt... Das ist halt so einfach so überhaupt nichts. Look Shopping. Mal gucken, was es da so Feines gibt. Aber die Sachen wechseln hier auch tatsächlich ab und zu, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. 5000? Äh... Kann man die Unverkäuflichen nicht filtern? Ach, sowas ist doch ätzend. Dafür brauche ich das unbedingt nen Filter. Zick. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Ja. So, Tom. Was hast du für mich zu tun? Ah, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Toe K geht in die heiße Phase. Alles muss stimmen, damit KK sich zu einem Konzert hier blicken lässt. Wenn unsere Insel-Image erstmal entsprechend glänzt und die Leute sich von uns erzählen, dann kontaktiere ich sofort KK und unterbreite ihm meinen goldene Konzertvorschlag. Falls du noch nicht sicher bist, wie wir das mit der Image-Aktion anstellen sollen, fragen wir Melinda. Ach, und fang lieber schon mal an, ein paar KK-Songtexte zum Mitsingen zu lernen. Aber das mit dem Image haben wir doch schon mal durchgesprochen, ne? Oh, guten Morgen. Wie kann ich dir helfen? Äh... Insel-Image. Du machst dir also Gedanken um das Image, ja? Äh... Maledi macht momentan eine Bewertung von 1 Stern. Also die meisten finden, dass man eigentlich noch vieles besser machen könnte. Da wäre auch noch das, äh... Was, das würde ich gerne direkt vorlesen. Ich habe schon länger ein Auge auf diese Insel. Die kennt fast keiner. Hoffe, die wird nie zu bekannt. Wow. Hahaha. Nun, das war's. Für handfeste Umfangergebnisse bräuchten wir aber unbedingt mehr Einwohner auf der Insel. Klarer Fall. Und falls du sonst noch etwas tun möchtest, am Erscheinungsbild der Insel könnte man auch mal arbeiten. Ich würde sagen, das ist doch die Chance, selbstgemachte Sachen von dir überall als Deko einzusetzen. Das würde Look und Landschaftsbild der Insel unheimlich aufwerten. Ganz klar. Und fertig. Das war's auch schon. Wenn du immer wieder ein neues, äh, das neueste zur Insel-Image erfahren möchtest, dann frag einfach. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Das Ding ist, ich möchte halt Wege bauen können. Sobald ich Wege bauen kann und sowas, dann macht das ja auch viel mehr Sinn, so Laternen und so einen Scheiß überall hinzustellen. Und so macht das halt einfach irgendwie keinen Sinn, das alles random auf der Insel zu platzieren. Das finde ich sogar noch hässlicher, als wenn man gar nichts macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Tja. Gut. Dann haben wir ja ein bisschen was zu tun. Dann müssen wir die Insel umgraben. Beziehungsweise komplett umstylen. Bin mal gespannt, wie wir das machen. Wie wir das hinkriegen. Ja, willkommen am Museum. Bli blablub. Analysier mal Fossilien. Ich hoffe, wir haben beide noch nicht. Ich hab schon echt viel. Zeig euch gleich. Ah, nur ein neues und ein doppeltes. Mann, 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 Mann. Äh, ja, ich möchte das bitte stiften. Ah, ich find das mal so schade. Ich hab schon so viel, dass ich immer ständig doppelte Sachen dabei hab. Ich kann euch das mal zeigen. Ich lauf mal durch. Ja, 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 nein. Will ich nicht. Ich will mal kurz durchlaufen. Ich bin ja sowieso generell einer, der mal alles sofort stiftet, wenn ich das erste Mal einen Fisch gefangen hab oder so. Ich, ich, Leute. Alles. Es wird alles gestiftet. Ich hab, glaub ich, einmal aus Versehen irgendwas verkauft, was ich noch nicht hatte. Ansonsten. Guck mal, hier hab ich schon... Na gut, hier ist noch nicht so viel. Hier hab ich vielleicht die Hälfte fast. Fast die Hälfte. Hier hab ich aber ganz gut was, wenn man jetzt mal guckt. Hier unten rechts fehlt mir noch, ja, der hintere Teil von dem Echsenvieh. Das kleine Vieh hab ich. Was soll das denn sein? Ein Dimetrodon. Äh, bitte spenden Sie fehlende Teile. Ja, ja. Und ein Juramaya. Ja, okay. Der war nicht besonders groß. Oh, hier fehlt mir noch einiges. Hier fehlt mir noch der Kopf und der Torso. Und ein Stück vom Schwanz. Drei Teile noch. Oh, hier fehlt mir auch das Hecken. Die Riesenschildkröte haben wir schon. Und das Ding haben wir auch schon komplett voll, glaube ich. Yes. Und ihn? Auch. Nice, okay. Boah, hier fehlt uns noch einiges. Hier auch. Äh. Koprolit. Und Tyrannosaurus Rex. Den haben wir vollständig. Das ist doch mal richtig nice. Mal gucken, was uns hier noch fehlt. Okay, da fehlt uns der Torso. Hier fehlt uns der Arsch. Hier fehlt uns, äh, der Torso. Und hier fehlt uns, ja doch auch der Torso und der Kopf. Was soll das denn sein? Ähm. Äh, Megazerops, ja. Was ist du? Ein Riesenhirsch. Lul. Sieht aus, hätte ich nur die Hälfte davon. So die rechte Hälfte. Die linke Hälfte fehlt einfach komplett. Alles klar. Ich weiß auch nicht, was das mit den ganzen, ähm, Bemalungen der, der Animals auf den Dingern sein soll. Ja. Aber ich freue mich schon, wenn ich alle habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mache das tatsächlich sehr gerne, das ganze Ding hier vervollständigen. Finde ich irgendwie richtig cool. Finde ich echt richtig gut. Ewig nicht mehr durchgelaufen. Aber doch, so einiges, so einiges ist da. Und lange wird es auch, glaube ich, nicht mehr dauern. Also ich schätze mal noch einen Monat, dann habe ich alles. Wenn ich jetzt mal auf die VNAPD gehe, da kann man ja auch sehen, welche man gestiftet hat und welche nicht. Das ist neben dem Namen, sieht man die Eule, dann weiß man, okay, das Ding ist gestiftet. Ich kontrolliere nochmal ganz kurz, weil ich irgendwann mal Fisch verkauft habe, den ich nicht gestiftet habe. Aber ich glaube, ja, den habe ich schon doppelt gehabt dann. Hier habe ich eigentlich auch alles. Yes. Okay. Gestiftet ist ja auch alles. Alle Insekten, alle Fische, alle Fossilien, also sehr, sehr nice. Was ich tatsächlich bei den Insekten, was ich interessant finde, ist, es gab da so einen Erdbereich. Ich habe gelesen, dass das für Ameisen ist, aber irgendwie... Ach ja, der schönste Bereich. Wenn man nachher ne alle hat, dann wird es bestimmt richtig krass. Oh, da steht sogar ein Koi drin. Krass. Ah, was ist hier? Ach, der Hundertfüßer. Und ne Kugelasse. Und die Motte, okay. Hier ist Orchideen-Mantis. Hier habe ich noch nichts. Hier ist die Vogelspinne, Leute. Die versteckt sich da hinten. Hier kommt dadurch der Skorpion hin. Und ach, da ist das Ding, das ich meinte. Ne Nasenschrecke. Ne Nasenschrecke. Ne Nasenschrecke, was ist noch? Ne Maulwurfsgrille. Oh, das war ätzend, das Vieh auszugraben. Ich habe, glaube ich, das komplette Ding leergebuddelt. Die komplette Insel. Was liegt hier? Ligia Exotica und ein Einsiedlerkrebs. Ach, die, die etwas feuchter mögen. Ja, sehr nice. Das war es hier. Und laufen wir noch einmal durch die Fischabteilung. Wir haben sowieso nicht mehr so viel Zeit. So viel kann ich jetzt in der Folge eh nicht mehr machen. Aber durch die Fische laufen wir noch einmal durch. Da habe ich, wie gesagt, auch schon gut was gesammelt. Also ein Drittel von allen hätte ich schon ungefähr zusammen. Sehr, sehr nice. Hat richtig Bock gemacht. Guck mal, hier das Gefühl. Fes habe ich, glaube ich, schon komplett voll. Goldfisch, Teleskopauge und Ranchu. Hier fehlt mir was. Das Ding habe ich, glaube ich, voll. Und hier habe ich, hier habe ich halt ein. Hier ist nix. Hier haben wir auch schon ordentlich was. Aber das beste Becken kommt halt noch. Mit den Sardinen oder Sardellen. Sardinen. Sardinen. Da ist es. Sardellen. Das Becken finde ich richtig cool. Aber da habe ich das Gefühl, da fehlt mir irgendwie noch was. Weil ein Schwertfisch und so ein paar Sardellen und eine Makrele. Das ist halt... Ich finde es so cool, wenn er jetzt so durchschwimmt, wie ihr schwimmen musste. Das ist schon cool gemacht. Sardelle und der Marlin. Und hier ist es, glaube ich, nur die Makrele. Ja. Ein so ein Fisch. Naja. Dup, 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 dup. So, hier gibt es diese Engel. Nicht so berauschend irgendwie. So ein bisschen Eis dran. Was gibt es hier? Ah, den Paletten Doktor Fisch. Genau. Da kommt bestimmt noch einiges cooles hinzu. Ich finde es auch cool, dass die Umgebung erst dann reinkommt, wenn man wirklich den Fisch auch da drin hat. Hier haben wir auch schon einiges. Ein bisschen exotischer. So eine Art Meeresbecken. Uh, wer schwimmt denn da oben? Oh, der da oben versteckt sich. Da, jetzt kommt er runter. Ah, okay. Das Seepferdchen. Ja doch, ich finde, hier kann man wirklich mal ganz entspannt durchlaufen. Das ist echt cool gemacht, so das Museum. Vor allem auch richtig schick eingerichtet. Also, das Museum haben die sich echt Mühe gegeben. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Aber, dann war es das auch. Dann war das heute eine relativ unspektakuläre Folge. Haben wir uns nur ein bisschen umgeguckt. Gar nicht so viel gemacht. Aber das macht nichts. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Resident Evil und im nächsten Livestream. Wir sehen uns. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann.